Blöd. Ganz blöd. Bist du ein extra Leben? Scheiße, ja! Fuck! Bleib bei mir. Nein, ich hab dich doch geliebt. Ich war doch der einzig Wahre für dich. Doch, verdammt. Wie meint'n das? Das geht von hier eigentlich ziemlich scheiße, oder? Wenn ich so drüber nachdenke. Das hätte geklappt vom Timing her. Zack, zack. Puh, ach toll, ich hab'n Zeitlimit, muss jetzt hier warten und das Timing erstmal rausfinden. Ach, ist ja schön. Du gehst hoch, du gehst hoch, du gehst hoch. Das kommt runter und ich geh rüber. Und Leben. Und Schachfigur. Und Checkpoint. Okay, mein letztes blödes scheiß Leben. Oh oh, oh, geh weg. Naja, die machen ja zum Glück jetzt nicht viel Schaden. Davon könnte ich schon einige fresseln. Gut, du musst jetzt nicht drauf ankommen lassen, Spiel. Danke, das war jetzt mehr so rhetorisch gemeint. Aua. Kein Grund, mir das jetzt nachzutragen. Exit. Und nur noch ein Leben. Oh, verdammt. Dames. Tschau, nur. Mädels. Und hupp. 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 Kim. Huck. Und habs Sch親 auch. Ich bin dran. Ich will das bitte schauen. Gerne. Ja, ich bin die Fröhre. Warum nicht? Äh, unruh. Toll. Aua. Okay. Meine Reichweite war gerade ausreichend. Äh, hierfür auch? Hup. Naja, okay. Prinzip ja schon. Das geht. Ich muss so vorsichtig machen. Ich hab doch keine Leben mehr. Na, nicht ganz. Komm. Hup. Jetzt aber. Gebt mir bitte mehr Extra-Leben. Bitte, bitte. Ich war doch ganz, ganz lieb. Gelbe. Nein, 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 nein. Boah, was hab ich getan? Ich hab irgendwie grad so einen rettenden Doppelsprung gemacht. Ich weiß nicht wie. Nein, 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 nein. Schmerz. Nein, verdammt. Verdammt. So, wir sind in Level 2 und wir verbringen schon direkt mal vier Stunden hier. Ja, das ist doch toll. Ja, das ist doch toll. Ich schau mir nochmal alle Fackeln an. Vielleicht hab ich noch irgendwo ein Leben liegen lassen. Ich brauch jedes. Ich brauch wohl wirklich jedes Leben, das ich kriegen kann. Von den Grünen am besten auch mal so viel geht. Allein für den Fall, dass das wirklich auch noch ein Leben wird am Ende. Komm, du kommst auch mit. Du, du musst tot gehen und hier, das will ich haben und das will ich haben. Und das will ich auch noch haben. Nehme ich alles mit. Zack. Zack. Ach, he, oje, oje. Hups. Und hups. Okay, also, ähm, von dem laschen Anfang merke ich nichts mehr. Ich will jetzt nicht sagen, boah, ist das jetzt so ultra, ultra schwer, aber es ist schon ein gestiegener Schwierigkeitsgrad. Und man muss sich doch, äh, etwas zusammenreißen. Und es nicht einfach so hoppla hopp dahin potzen. Also, das Spiel macht schon ein gewisses Maß an Ernst. Auf jeden Fall. Finde ich jetzt. Geh weg, geh weg, geh weg von mir. Ach man, wäre ich nur am Klo, wo die giftige Karte rumliegt. Die hier ist ja nicht ganz so schön, nee. Die ist ja irgendwie die Arme und da. Hier auf dem Klo ist viel, viel Kohle. Geh weg. Geh tot. Das machst du gut. Alles klar. Wir machen gewaltige Fortschritte. Toll, das Upgrade fliegt dann sogar noch hier rum und wartet auf mich. Das Upgrade, das Ding halt. Ist eigentlich eine Frage. Gibt es Upgrades im Spiel? Kriege ich noch irgendwas dazu? Oder bleiben das alle Techniken, die ich drauf habe und so, alle Waffen? Eine gute Frage, ne? Finde ich jetzt. So. Das haben wir mal geschafft. Ohne Leben zu verlieren oder sonst was. Der Anfang gefällt mir. Gefällt mir ziemlich gut. Ziemlich gut. Und schwupp. Und schwupp. Alles klar. Ich würde doch sagen, es funktioniert so langsam. So ganz langsam. Ja. So wird das was. So schaffen wir das. Nein, du gehst weg. Nein, 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 nein. Ah, fast. Okay, also wenn ich von so einem Feuerball getroffen werde, kann ich noch quasi einen Erholungssprung machen, den ich dann etwas steuern kann. Das ist gut zu wissen. Und hopp. Darauf muss ich mal bei Gelegenheit näher eingehen. Etwas üben damit oder so. Hopp. Und hopp. Und jetzt gehst du auch noch weg. Und dann mache ich hopp. Und alles ist gut. So. Puh. Hopp. Rein hier. Also, mach nicht dumm, Mädel. Nein, nein, nein. So. Wo waren wir hier? Ah ja, hier waren wir. Ne, da war jetzt nur Leben. Mein Leben ist voll. Na, das habe ich verpasst. Egal. Dann kann ich mir hier die andere Geschichte ja genauer ansehen. Da drüben, das mit dem Fragezeichen-Upgrade irgendwie. Was ich nicht verstanden habe. So, hier kann ich weiter. Hier drüber. So, da oben. Das ist nix. Ich kann hier nicht springen. Hier ist nix sonst. Hier noch irgendwas kaputt machen nochmal. Ne. Nein. Puh. Verstehe ich nicht. Ist zu hoch für mich. Muss ich nicht begreifen. Was soll's. So, hier war das tolle Auge. Hopp. Und da sind wir auch schon wieder so langsam. Dann nehmen wir den Schlüssel mit. Und dann stehen wir wieder geduldig hier und warten auf das richtige Timing. Nein. Jetzt könnte es was werden. Nein, 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 nein. Okay, nicht ganz. Nein, nicht ganz. Geh runter, geh runter. Oh. Okay. So. Ja, 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 ja. Es gefällt mir. So gefällt mir das doch ziemlich. Jetzt kommen die ganzen Kürbisse. Ja. Da war was. Ich erinnere mich. Wo ich 61 von den grünen Kristalldenkern. Langsam könnte ich doch mal wissen, wofür die da sind, oder? Ja, springt, Mädel. Mach. So. Hüpf. Mein Extra-Leben wieder mitnehmen. Das ist mir ziemlich wichtig. So. Dann wieder zurück. Und guck. Ja. So. Hier war die tolle Statue. So. Ha. Toll, wenn die Reichweite ausreicht. Auf einmal ist es ruhig. Hat sich erledigt. Da ist die Musik wieder. Hat sich erledigt. Den Turm noch wegmachen. Der wird mir den Arsch sonst grillen. Das ist nicht unbedingt Sinn der Sache. Ups. Also die Sprungmechanik in Bezug auf Kanten ist relativ gemein. Finde ich jetzt. So. Hopp. So. Endlich. Nein, nein, nein. Du doofe Kuh. Du blöde kleine doofe Kuh. Oh, 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 oh. Ruhig. So. Ach, es ist nur ein blöder Mond. Scheiß auf den Mond. Ja, scheiß auf den Mond. Wenn du das packst, dann kriegst du ein Bier von mir aus. Da unten ist ein Schlüssel. Hm. 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 Hup. Okay. Okay, da komme ich einfach so rein. Okay.